Hallo, ein herzliches Grüß Gott vom wunderschönen Tegernsee. Diese wunderschöne Ruhe mit den kreischenden Möwen und den flatternden Enten täuscht darüber hinweg etwas, dass dies eine der wichtigsten touristischen Regionen und Destinationen Bayerns ist. Ich bin am Tegernsee und im Ort Tegernsee, werfe einen Blick hier gerade vom Tegernsee aus Richtung Rottachegern, Wiessee, Altwiessee und gehe mit euch hier mal rüber. Es ist ein herrlicher Tag, kurz vormittags und es ist alles tiefer schneit, wunderschön ruhig, mitten im Februar 2013. Es lädt geradezu dazu ein, Skifahren zu gehen, Langlaufen zu gehen, Schneewanderungen zu machen. Hinten könnte man noch so ein bisschen das herzogliche Bräuhaus Tegernsee sehen. Wer also Durst hat, ist dort hervorragend willkommen, die Küche ist exzellent. Ja, und hier hinter mir ist der Ort Tegernsee. Man kommt von München aus innerhalb von einer Stunde, wirklich nur 60 Minuten, mit der Bayerischen Oberlandbahn, der Bob, hier runter und ist aus der Millionenstadt in einer wunderschönen Schneewinterferienlandschaft und kann hier die Seele baumeln lassen. Diesen kleinen Gruß vom Tegernsee bei eiskalten minus 8 Grad sende ich euch ganz herzlich. Ciao, servus! Vielen Dank.